Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fast & Dirty Unreal Engine 5.2 Tutorial. In diesem Kapitel werde ich dir den Level Editor näher erklären. Es gibt Parallelen zu früheren Unreal Engine Versionen, aber auch viel Neues zu entdecken. Hierzu erstellen wir uns ein neues Projekt unter der Kategorie Games, wir wählen ein Third Person Template und unter Project Details, Blueprint, Target Plattform Desktop, Quality Preset Maximum, Starter Content wählen wir aus. Gut, dann geben wir dem Ganzen noch einen Namen, ich nenne es mal UE5 Editor Basics und per Create erstellen wir unser neues Projekt. Wir befinden uns jetzt in einem voll funktionsfähigen Third Person Template und das können wir gleich mal ausprobieren, indem wir hier oben auf die grüne Play-Taste drücken und noch sehen wir unseren Mauszeiger. Das bedeutet, hier steht schon Klick Maus vor Control. Das heißt, wir klicken die linke Maustaste und können jetzt per W, S, A und D unseren Charakter bewegen und dementsprechend über die Space-Taste zum Sprung ansetzen und mit der Maus selber, wenn wir die hin und her fahren, können wir uns umsehen. So, das ist die eine Geschichte. Hier sind bloß ein paar kleine Gimmicks mit drin, dass man da noch was rumschieben kann, aber ansonsten wäre das jetzt schon mal die komplette Steuerung von einem Charakter, um die wir uns eigentlich gar nicht mehr kümmern müssten. So, wie vorher schon angekündigt, oben links auf unser Screen, wenn wir jetzt die Tasten Shift und F1 drücken, bekommen wir unseren Mauszeiger zurück, sodass wir wieder hier interagieren können. Wir befinden uns aber noch im Pi, im Play-In-Editor-Modus und hier können wir das Ganze stoppen, pausen und dementsprechend über Escape geht das genauso. Da können wir wieder raus. So, das war jetzt mal die Geschichte, dass wir das gleich starten können und gegenüber früheren Unreal Engine Versionen, also vor der Fünfer, fällt jetzt auf, dass der Content-Royer hier unten nicht mehr fix verankert ist. Diesen bekommt man jetzt hier über den Tab Content-Royer, da kann man ihn öffnen und durch wiederholtes Klicken auch wieder einfahren. Das gleiche geht über den Shortcut Steuerung und Space zum Öffnen und Steuerung und Space zum Schließen. So, dann drücken wir nochmal wiederholte Steuerung und Space und wenn wir ihn jetzt fest in unserem Viewport integriert haben möchten, dann bietet sich hier der Button Dock in Layout an. So, und jetzt kommen wir gleich mal zu den ganzen Window-Funktionen. Man kann hier wahnsinnig viel machen, auch die Mittelmaus hier auf dem Tab würde das Ganze wieder schließen. Dann kann man es mit Steuerung und Space wieder öffnen, auch wieder mit wiederholtem Klick auf den Tab. Man kann jetzt definitiv auch noch das Ganze hier mit rechter Maustaste Dock to Sidebar, dann haben wir es jetzt hier drüben. Und dementsprechend kann man die ganzen Geschichten hier verschieben, definitiv überall eindocken und so weiter, wie man das dann gerne hat, wenn man verschiedene Active Panels offen hat und nicht so viele Monitore zur Verfügung. Und wenn man dann in diesem Dschungel hier gar nicht mehr weiß, wie man das zurückstellen soll, dann geht man hier einfach auf Window und hier unten auf Load Layout und dann Default Editor Layout. Und dann, keine Panik, ist man wieder da, wo man war und hat die Probleme des Zurückstellens nicht mehr. Und wer jetzt noch ein bisschen Panik hat vor der neuen 5er Oberfläche, der kann auch über Window und Load Layout UE4 Classic Layout wählen. Das ist dann für alle, die noch an das Altgewohnte praktisch sich irgendwie fest versteift haben. So, aber wir wechseln jetzt wieder rüber in unsere Geschichte vom UE5 Default Editor Layout. Und hier befinden wir uns ja in dem Viewport. Und wie kann man sich jetzt in dem Viewport bewegen? In dem Viewport bewegen wir uns, indem wir die linke Maustaste zum Beispiel mal gedrückt halten. Und dann können wir das Ganze hier hin und her schwenken. Wir können mit W, A, S und D hin und her fahren. Aber wenn man die Maus parallel dazu bei gedrückter linker Maustaste nach oben fährt oder nach unten, sehen wir nur, dass wir vorwärts und rückwärts kommen. Das Ganze können wir ändern, indem wir die rechte Maustaste gedrückt halten. Und dementsprechend sind wir hier frei im dreidimensionalen Raum beweglich und können über W, A, S und D dementsprechend alle Positionen, alle Objekte innerhalb unseres Levels sozusagen anfahren. Gut, indem wir jetzt die rechte Maustaste gedrückt halten und dann auch die Bild-Auf- und Ab-Taste drücken auf dem Keyboard, im amerikanischen wäre es die Up- und Down-Taste, dann können wir nach oben und nach unten. Das gleiche funktioniert mit den Tastenkürzel Q und E gleichfalls. Gut, dann gibt es ein neues, sehr schönes Feature. Das bedeutet, man kann jetzt, ohne dass man so hinfahren möchte, mit rechter Maustaste und B und S, kann man jetzt auch ein Objekt sozusagen anzoomen. Und das funktioniert, indem wir rechts oder links klicken und dabei die C-Taste gedrückt halten. Damit zoomen wir ran und dementsprechend, wenn wir die linke Taste oder rechte gedrückt halten und dann gleichzeitig Keyboard Z, können wir wieder heraus zoomen. So, wenn wir loslassen, sind wir wieder da, wo wir sind. Das ist sehr praktisch, weil wir dann nicht jedes Mal hier wieder rein und wieder herausfahren müssen. So, das ist diese Geschichte hier. Content-Rower haben wir schon. Dann können wir den auch mal im Layout docken, dass er drin ist und hier die Einstellungen, wie man das hier in der Ansicht oder hier drüben eben in der kompletten Folder-Ansicht alles haben möchte, gibt es hier den Knopf Settings, wo man diverse Einstellungen vornehmen kann, wie man das dann gerne hätte für die Dinge, die man auch benötigt. Ein weiteres wichtiges Feature, um sich jetzt hier in diesem Viewport bewegen zu können, gibt es hier oben und das ist die sogenannte Camera Speed, wobei man hier das Ganze beschleunigen kann, sodass man sich wesentlich schneller in seinem Level hin und her bewegen kann und natürlich auch, wenn man kleine Detailarbeiten vornimmt, dass man das Ganze dann dementsprechend auch runterfährt, sodass man hier sehr, sehr langsam und exakt detailreich arbeiten kann. So, das ist die Geschichte und jetzt stellen wir das Ganze erstmal wieder zurück auf 1, damit wir einigermaßen ein bisschen Fluss dabei haben. Und jetzt sehen wir uns mal die sogenannten View-Modes an. Hier oben gibt es zum Beispiel Show. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich diverse Flags, die ich an- und ausschalten, also Show or Height setzen kann, je nachdem, was mich da gerade interessiert. Daneben befindet sich das Lit, der Lit-Mode und hier kann ich zum Beispiel einen Unlit-Modus einschalten. Das kann manchmal sehr nützlich sein, wenn man sich innerhalb einer Höhle befindet oder in einem dunklen Raum, sodass es sozusagen noch erkenntlich ist, was sich darin befindet und was ich bearbeiten möchte. Es gibt eine Wireframe-Geschichte, diverse andere. Ich gehe jetzt einfach mal zurück auf Lit. Da kannst du dann selber mal rumspielen und dementsprechend auch dazulernen, was du da auch im Fall der Fälle benötigst. Gut, daneben gibt es die Perspektive, die kann man umschalten. Wir sind gerade auf Perspektive. Dann gehen wir auf Top, dann sehen wir unseren Level von oben. Wenn ich mit dem Mausrad ein bisschen rausfahre, dann kann ich das ganze oder rechte Maustaste ziehen und schieben und mit dem Mausrad dementsprechend rein und raus zoomen. Und dann kann ich natürlich auch noch auf Left und Right, Front und Back. Das ist manchmal auch sehr sinnvoll, wenn man etwas exakt positionieren möchte. Und für jetzt gehe ich mal wieder zurück auf unseren Perspektiv-Modus. Gut, als nächstes gibt es noch die Geschichte des Hamburger-Icons. Das ist hier oben links und wenn ich hier aufklicke, dann gibt es auch wieder diverse Einstellungssachen, wie zum Beispiel, ich zeige mir die Frames per Second. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich hier drüben, dass ich über 100 Frames per Second laufe. Das ist schon mal sehr angenehm. Gut, die kann man hier wieder deaktivieren. Hier gibt es noch diverse andere Stats zu aktivieren. Das heißt hier praktisch Advanced, Engine, Niagara und so weiter und so fort. Da kannst du natürlich auch mal versuchen rumzuspielen. Gut, zum anderen gibt es hier oben noch einen schönen Knopf. Der splittet mir jetzt meinen Viewport auf in Back, Right und Top. Das ist auch sehr schön. Und wenn ich jetzt hier sozusagen hier draufklicke, dann bekomme ich dann auch diesen einzelnen Ausschnitt in groß. Und dementsprechend kann ich natürlich wieder auf Lit gehen und auch entsprechend das Ganze hier wieder sozusagen zurückstellen, indem ich hier reingehe und sage, ich hätte diesen hier gerne wieder als Komplettansicht. Gut, was gibt es noch dazu zu sagen? Im Hamburger Icon befindet sich das sogenannte Bookmarks. Das ist sehr, sehr angenehm. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich eine große Welt habe und sage, ich arbeite gerade an dieser Position, dann kann ich hier oben einfach sagen, Bookmarks, da mache ich einfach ein Set, Set Bookmark. Ich sage, ich möchte gerne die Bookmark 0 setzen an dieser Stelle. Und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel irgendwo wegfahren und dann, wenn ich hier wieder reingehe und auf Bookmarks gehe und sage, Jump to Bookmark 0, dann bin ich auch an dieser Stelle. Gut, das gleiche kann ich machen, indem, dass ich einfach die Tasten drücke, nehme ich die Taste 0. Das ist Bookmark 0, Taste 1, Taste 2. Das ist von Android jetzt schon vordefiniert gewesen. Und hier habe ich wieder meine 0, die ich gerade selber angelegt habe. Und wenn ich selber eine Bookmark setzen möchte, sagen wir mal an dieser Stelle. Dann setze ich einfach mal mit der Taste Control, also Steuerung und 1. Dann habe ich hier die Bookmark gesetzt und bei 0 bin ich da und bei 1 bin ich jetzt an dieser Stelle. Und das macht sich natürlich unheimlich bezahlt, wenn ich hier in meinem Level an diversen Baustellen simultan arbeiten möchte. Gut, ein weiteres Feature finden wir hier ebenfalls unter dem Hamburger-Icon. Und zwar gibt es hier den Immersive Mode, auch mit Tastenkürzel F11 zu erreichen. Und das bedeutet, wir können hier sehr bequem im Fullscreen-Modus arbeiten. Wiederholt die Taste F11 drücken und dann kommen wir zurück in die normale Standard-Editor-Ansicht. Gut, das ist die eine Geschichte. Zum anderen über das Hamburger-Icon gibt es auch einen High-Resolution-Screenshot, wo wir auch sehr schöne einzelne, detaillierte Screenshots, Einzelaufnahmen von unserem Level sozusagen erstellen können. Per Capture ist das Bild sozusagen erstellt und hier unten steht es auch schon, wo es ist. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann finde ich es jetzt hier in meinem Saved Screenshots Windows Editor. Und dann kann ich dieses Bild sozusagen verwenden für Zwecke, die mir belieben. Zum Beispiel an Freunde schicken oder sonstiges für irgendwelche anderen Sachen. Gut, das wäre jetzt die Screenshot-Geschichte und dann gehen wir weiter mit der Object Manipulation. Dazu werden wir uns jetzt einfach mal einen Level öffnen, File Open Level. Wir haben ja auch diesen Starter-Content mit angewählt beim Erstellen unseres Projektes. Und da klicken wir jetzt mal rein und da müsste es einen Maps-Folder geben. Und in diesem Maps-Folder nehmen wir einfach mal die Starter-Map. Die klicken wir doppelt. Hier fragt er uns, ob wir das Game safen möchten. Und dementsprechend sagen wir einfach mal Don't Save. Wir haben ja eigentlich auch nichts gemacht da drin. Gut, dann können wir hier Open und es öffnet sich dann unsere Starter-Content-Map. Gut, was sehen wir hier? Hier präsentiert Unreal in einer Art Showcase-Map diverse Geschichten wie Lake-Water. Wir haben Ocean-Water als Material mit drin. Diverse andere Sachen, die hier schon mal sehr, sehr schön präsentiert werden. Wenn man sich dem Ganzen bedienen möchte, kann man die sozusagen dieser Map auch entnehmen. Wir haben ebenfalls Partikelsysteme wie so eine kleine Sprinkelanlage. Wir haben Feuer mit drin. Es ist auch ein Sound integriert, wie es aussieht. Und dementsprechend auch hier oben. Man sieht es hier. Click to simulate. Und wir machen mal ein Play from here. Rechte Maustaste. Geht ebenfalls. Wenn wir oben auf Play drücken, kommen wir immer beim Player Start raus. Und wenn wir an der Stelle, wo wir sind sozusagen starten möchten, rechte Maustaste. Play from here. Und dann sieht man auch, wie diese Steine oder Kugeln oder Quader dementsprechend auch nicht der Gravitation sozusagen etwas entgegenzusetzen haben. So, hier sieht man auch ganz schön die Partikelsysteme, die hier integriert sind. Und der Sound spielt auch schon im Hintergrund ab. Unser Character ist natürlich wie immer voll funktionsfähig. Wir können ihn ganz normal mit W, S, A und D und Space für Jumping sozusagen verwenden. Gut, das ist jetzt mal diese Sache hier. Und jetzt werden wir uns mal um die Object Manipulation kümmern. Dass wir diese Objekte sozusagen mal verschieben. Wie machen wir das und so weiter. Das bedeutet, wir können jetzt mal hier reingehen. Hier sehen wir jetzt die einzelnen Komponenten, die fürs Lighting zuständig sind. Wie zum Beispiel die Light Source. Wir haben hier ein Experimental High Fog. Wir haben hier ein Sky Atmosphere und ein Sky Light und so weiter und so fort. Und zum einen möchte ich noch eine Taste präsentieren. Die würde sich auch im Hamburger sozusagen befinden. Und die bedeutet einfach Game View. Das kann man hier mal anmelden. Dann verschwinden alle Elemente, die eigentlich im Level dann für den Spieler nicht sichtbar sind. Sodass man hier besser arbeiten kann. Das gleiche geht auch über den Tastenkürzel G zum Ein- und Ausblenden. So. An dieser Stelle wollen wir jetzt einfach mal die Objekte manipulieren. Das heißt, wir klicken jetzt einfach mit der linken Maustaste mal den Stuhl an. Und hier sehen wir diesen sogenannten Gizmo. Er hat hier diese X, Y und Z Achse. Und jetzt können wir das Ganze hier an diesem Pfeil zum Beispiel mit linker Maustaste nehmen. Und können ihn ganz simpel nach vorne ziehen. Oder nach rüber schieben. Oder nach oben. Und wenn wir das Ganze wieder unten anpassen möchten, dann drücken wir einfach die Ende-Taste auf dem Keyboard. Und so snappt das Ganze gleich perfekt to the ground. Gut. Das ist die Geschichte mit dem Hin- und Herschieben. Es gibt noch eine weitere Methode. Man sieht hier, dass man hier zwei Achsen gleichzeitig bewegen kann. Das wäre jetzt praktisch die Y- und die Z-Achse. Mit Ende komme ich wieder nach unten. Jetzt kann ich rechte Maustaste drücken und A, W, S und D. Damit ich etwas hin und her fahre. Jetzt gehe ich auch mit der Kamerageschwindigkeit etwas runter. Sodass ich da nicht so hektisch hin und her amtieren muss. Und hier sieht man auch, dass man hier diese beiden nehmen kann. Oder eben wahlweise diese beiden eben hier in dem Fall X und Y zum Ziehen. So, jetzt ruckelt das immer, weil das eben eingestellt ist auf Snapping. Dazu komme ich dann später gleich. Jetzt machen wir erst die anderen Sachen durch. Hier oben haben wir nämlich das Translate. Da sind wir gerade. Und dann gibt es hier ein Rotate. Das können wir hier mit linker Maustaste auch ebenfalls selektieren. Und hier kann man jetzt diesen Stuhl sozusagen drehen. Und wir sehen hier unten auch die Gradzahl, um die wir uns hier entsprechend bewegen, auch eingeblendet. Das gleiche geht natürlich in diese Geschichte. Und natürlich auch wahlweise in die X-Geschichte. Und wenn wir das so nicht haben wollen und rückgängig machen wollen, dann drücken wir die Strg und Z, Strg und Z, Strg und Z. Und Unreal bietet unendlich viele Rückgabewerte bis zum Speichern und Neuladen, dass man eben alles wieder so haben kann, wie man es gerne hätte oder gehabt hat. Gut, das ist die Geschichte. Jetzt ziehen wir das Ganze nochmal etwas raus. Und dann können wir hier oben noch die weitere Variante. Nach der Rotation gibt es noch den Scale. Und hier kann man dementsprechend in X, Y und Z scalen. Das heißt, man kann das hier etwas breiter machen, höher machen und natürlich auch in diese Richtung. Und auch die Möglichkeit natürlich wieder zwei Achsen gleichzeitig zu nehmen. Und Strg und Z können wir das Ganze wieder rückgängig machen und korrigieren. Gut, das ist die Geschichte jetzt mit dem Scale. Wir haben jetzt hier sozusagen die Möglichkeit auf Select. Dann können wir das Object selecten. Wir können es hier sozusagen translaten. Wir können es rotaten. Und wir haben ein Scale für das Objekt. Und natürlich gibt es da auch Shortcuts. Das ist das E, das W, das E und das R. Also W für dementsprechend Translate. Dann das E für Rotate. Und das R für Scale. So, den leichteren Shortcut, den ich immer bevorzuge, das ist einfach die Space-Taste. Und da kann ich dann sehr, sehr schnell zwischen den drei Varianten hin und her wechseln. Gut, dann gibt es noch die Möglichkeit, diese Geschichten hier eben zu snappen. Das heißt, wir haben hier ein Snap, Snapping eingestellt von 10. Das kann man hier frei definieren. Das Snapping bedeutet, dass das Ganze sich eben so ruckartig in 10er Units nach oben und unten bewegt. Das kann man auch ausschalten, falls man es ganz sanft und exakt pixelgenau sozusagen positionieren möchte. Das gleiche funktioniert hier auch mit dem Winkel. Das bedeutet, wir gehen auf Rotate, entweder per linke Maustaste oder Tastenkürzel E oder über die Space-Taste. Je nachdem, das Objekt muss selektiert sein für die Space-Taste. Und dann können wir hier das Absolut in zwei Dezimalstellen nach dem Komma dementsprechend auch rotieren. Gut, das gleiche gilt jetzt auch. Steuerung Z gehe ich jetzt mal zurück. Das gleiche gilt jetzt auch für die sogenannte Snapping-Geschichte beim Scale. Der Scale ist momentan auf Snapping eingestellt für 0,25. Man sieht auch, es ruckelt ein wenig. Und wenn ich das jetzt hier deaktiviere, dann kann ich hier das ganz smooth so skalieren, wie ich das wirklich gerne für meine Zwecke verwenden möchte. Gut, hier wäre natürlich wieder einzustellen, wie dieser Scale-Snap definiert ist. Das gleiche hier für das Rotation und das gleiche eben hier für die andere Geschichte der Positionierung. Kamera View hatten wir schon. Und was es jetzt noch gibt neu, das ist hier die sogenannte Geschichte mit, wir haben hier den World und Local Space. Und wenn ich jetzt hier mal drauf drücke, sieht man, dass auch das Gizmo mit X, Y und Z-Vektoren sich dem Objekt sozusagen angleicht. Das heißt, dieses Objekt wurde so erstellt, dass eben beim Stuhl nach vorne die X-Achse sozusagen nach vorne steht und hier haben wir die Y-Achse und hier die Z-Achse. Und wenn wir das Ganze im World Space bewegen möchten, dann klicken wir hier drauf, sodass sozusagen diese Erdkugel erscheint. Und dann sieht man auch, dass der Gizmo sich nach der Welt ausrichtet und wir können das Ganze so hin und her schieben. Gut, was gibt es noch, wenn ich jetzt die Alt-Taste gedrückt halte und dann die linke Maustaste auf einen dieser Gizmo-Vektoren sozusagen drücke und dann kann ich das per Klick gedrückter linker Maustaste sozusagen duplizieren. Das kann ich in alle Richtungen machen, wie es mir beliebt und ich habe auch die Möglichkeit eines Multi-Selects, das heißt ich kann hergehen und mit Steuerung nehme ich das und das. Und dementsprechend habe ich jetzt die beiden selektiert, dann kann ich beide hin und her schieben, ich kann auch beide dementsprechend rotieren und ich habe auch die Möglichkeit beide zu skalieren natürlich und dementsprechend über die Alt-Taste gedrückt auch zu duplizieren. Das funktioniert jetzt auch sehr gut. So, jetzt haben wir hier ab und zu die Problematik gehabt, dass wir sagen, okay der Stuhl muss jetzt einfach woanders hin, der muss da rüber, der muss ganz da rüber, dann hat man das immer so hin und her geschoben. Dann ist man mit der rechten Maustaste wie ASD da rüber gefahren, hat versucht das Ganze hier zu positionieren. Das ist ab jetzt auch hinfällig. Wir können jetzt, Steuerung Z habe ich gemacht, damit ich zurückkomme. Wir können jetzt ganz simpel einfach diesen Stuhl markieren. Wir halten jetzt die Steuerungstaste gedrückt, dann können wir rauf und runter fahren und wenn wir jetzt die Shift-Taste gedrückt halten, dann bleibt unser Stuhl zentriert in unserer Welt und wir können einfach nach links und rechts fahren an die Stelle, wo es uns beliebt. Das ist eigentlich eine sehr angenehme Sache, weil das ständige hin und her rutschen und nachschieben und nachzoomen einfach sehr, sehr anstrengend war. Gut, dann gehe ich jetzt über Steuerung Z komplett mal zurück, sodass wir hier wieder in unserem Ursprungszustand praktisch uns wieder zurückgesetzt haben. So, jetzt mache ich mal die Taste Steuerung und Space für den Content Browser, hat er früher geheißen. Jetzt heißt er Content Drawer und den docke ich mir hier drüben jetzt einfach mal im Layout an, weil den möchte ich jetzt einfach mal verwenden. So, jetzt machen wir das ein bisschen größer. Jetzt sieht man hier, wir haben hier unseren Starter Content, den klappe ich jetzt mal auf. Und in unserem Starter Content befinden sich verschiedene Folder und unter anderem natürlich auch unsere Geschichten für Props. Und da können wir mal reingehen und da sehen wir auch diese ganzen Props, die hier auf unserem Starter Content Level sozusagen sichtbar sind. Und jetzt können wir uns einfach mal so einen Stuhl nehmen, linke Maustaste gedrückt halten und wir ziehen den einfach mal raus und dann ist er auch schon in unserer Welt platziert. So kann man jetzt Gegenstände aus dem Content Drawer auf die Welt platzieren und dann natürlich auch dementsprechend über Scale und so weiter bearbeiten. Gut, das gleiche gibt es natürlich dann auch noch mit anderen Geschichten, das sind die Props, da sind die Partikelsysteme drin. Da kann man nochmal ein Feuer rauslegen, dann ist das Feuer einfach da, mache ich ein Play from here und dann sieht man auch schon, dass das Ganze sozusagen live funktioniert. Gut, per Escape komme ich jetzt hier wieder raus und dementsprechend haben wir hier jetzt unsere Materialien. Das sind jetzt praktisch sozusagen eine Art Showcase-Geschichte. Das ist aber nicht Teil dieses Tutorials. Da kannst du dich dann mal mit einem anderen einarbeiten in diese Materialgeschichten. Gut, soweit so gut. Und als nächstes wollen wir uns mal den Outliner hier oben rechts anschauen. Das heißt, wir werden hier die Geschichte ein wenig nach unten ziehen. Das Detail Panel fahren wir nach unten, sodass der Outliner ein bisschen übersichtlicher wird. Und im Outliner befinden sich sämtliche Objekte und Elemente, die in unserem Level und in unserer Welt sozusagen platziert sind. Und wenn wir jetzt hier einfach mal doppelt klicken, zum Beispiel auf das Partikelsystem Smoke Blueprint, dann sehen wir auch, dass es hier gehighlighted ist. Und man sieht auch den Radius seines Influences, seines Einflusses und so weiter und so fort. Hier ist das Post-Prozess, das ist hier unten versteckt. Die Skysphere ist hier und so weiter und so fort. Wir können auch auf den Floor gehen. Dann ist dieser Floor auch schon vorselektiert. Und das Gleiche bekommen wir auch, indem wir jetzt einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal hier drauf, per linker Maustaste und dann drücke ich die Taste F. Und dann kommt dieses Objekt automatisch zentriert in die bessere Ansicht, so dass wir damit sofort hinspringen können und dementsprechend auch weiterarbeiten. Gut, der Outliner bietet auch zusätzlich natürlich Funktionen, wie zum Beispiel neuen Ordner anlegen, damit man mit der Archivierung etwas übersichtlicher arbeiten kann und nicht alles einfach untereinander liegt. Und dementsprechend kann man hier auch einzelne Elemente kopieren. Man kann die rechte Maustaste machen. Hier haben wir jetzt erstmal Move To. Das bedeutet, wir können es in andere Folder sozusagen verschieben, per rechter Maustaste. Ich kann aber auch STRG D drücken und dann dementsprechend immer wieder neue Kopien von der ganzen Sache erstellen. Das Ganze über STRG Z natürlich ebenfalls rückgängig machen. Und natürlich bei Selektion der einzelnen Geschichten haben wir hier bei Material Sphere 9 zum Beispiel, sehen wir, dass sich hier unten das Detail Panel aktualisiert. Man sieht aus was dieses Element besteht. Und zum anderen kann man hier detailliert auf sämtliche Parameter und sonstige Möglichkeiten und Funktionalitäten zugreifen und Einstellungen vornehmen. Als Beispiel mal das Transform. Wir haben jetzt hier sozusagen unsere Material Sphere angewählt und hier ist unsere Location. Die liegt aktuell bei da. Und wenn ich sage, die soll ein bisschen höher liegen, gebe ich hier mal 200 ein. Und dementsprechend wird sie in der Z-Achse nach oben bewegt. Ebenfalls kann ich hier den Scale ändern. In dem Fall jetzt mache ich nur die X-Richtung. Das heißt STRG Z gehe ich zurück. Und wenn ich komplett alle machen mag, dann gehe ich einfach hier, mache dieses Vorhängeschloss zu. Und dementsprechend wird sich die XYZ-Achse gleichmäßig verändern. Ein weiteres Feature hier drin ist die rechte Maustaste. Zum Beispiel bei der Scale-Geschichte wenden wir mal an. Rechte Maustaste Copy. Und jetzt gehe ich auf dieses Element und dann sage ich hier wieder rechte Maustaste Paste. Und dann habe ich sozusagen diesen Scale auf das andere Objekt übertragen. In dem Sinne kopiert. Gut, das ist die Geschichte mit dem Outliner. Wir haben hier unten neben dem Content-Rower noch das Output-Log, wo diverse wichtige Informationen stehen. Grün ist immer alles in Ordnung. Gelb ist ein bisschen Warning-like. Und Rot wäre natürlich etwas Fatales. Rot symbolisiert dann den Fehler, den Arrow an sich. Gut, dann können wir hier rüber. Dann gibt es hier natürlich noch die Funktion Window. Falls irgendwas nicht sichtbar ist, können wir das hier natürlich auch einblenden. Wir haben jetzt hier zum Beispiel nur den Details. Das Details Panel aktiviert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch was anderes brauche, wie zum Beispiel das Message Log, wo ich diverse Nachrichten empfangen kann über Imports, Exports, die meistens ja sowieso automatisch aufploppen, könnte man sich das Message Log natürlich gleich hier oben einklinken. Und zum anderen gibt es natürlich auch mehrere Details Panel, mehrere Content-Browser stehen diesmal zur Verfügung. Und es gibt hier noch andere Sachen wie den World Partition Editor und so weiter und so fort. Was natürlich interessant ist, was man sich immer herwählen soll, sind die World Settings an sich, wo man weltbezogen noch diverse Einstellungen vornehmen kann. Gut, dann wird einem noch auffallen, dass das Place Actor Panel nicht mehr so an der Stelle ist, wie es sein soll, wie man es gewohnt ist vom UE4. Und hier oben haben wir Quickly Add to the Project. Das ist unser Place Actor Panel Ersatz. Wir haben hier Import Content, die Quixel Bridge, den Marketplace, den Content Browser. Hier ist da wieder Browser und ein Drawer. Das wird bestimmt noch geändert. Und hier haben wir unsere Basics, wo wir dann auch setzen können. Hier sind die Lights und so weiter. Jetzt nehme ich einfach mal einen Cube und lege mir den einfach mal in die Welt hinein. Und wie gesagt, per Enter-Taste würde ich ihn dann auch nach unten bringen. Jetzt warte ich mal, bis er einen Schatten wirft und dann drücke ich die End-Taste und dann habe ich meinen Cube hier unten platziert. Space ist die Durchschaltungsgeschichte und natürlich kann man den wieder beliebig variieren, schieben, verschieben, skalieren und so weiter und so fort. Wer die Place Actor Geschichte jetzt wieder fest integriert haben möchte, der kann hier unten auf Place Actors Panel gehen und dann hat er eine leichte Erinnerung an die UE4-Sache. Hier befinden sich dann dementsprechend auch die einzelnen Elemente, die man dann auch platzieren kann. Gut, soweit so gut. Ich denke, das war es jetzt mal mit den Basics zur Unreal Engine 5.2 und ich hoffe, es war etwas informativ für dich und hat auch Spaß gemacht. Also Tschüss, bis zum nächsten Mal.